Pressegespräch für unser Auswärtsspiel am Montagabend im Erzgebirge gegen den FC Erzgebirge Aue. Dorthin begleiten uns, Stand heute etwa 750 FCK-Fans, die die Reise antreten. Schiedsrichter der Partie Günther Perl aus München. Letztes Spiel, was er mit FCK-Beteiligung gepfiffen hat, war unser Heimspiel gegen den KSC. Endergebnis 2 zu 2. Außerdem danach das Heimspiel am folgenden Sonntag gegen Ahlen, bis jetzt 21.000 Tickets. Dann spielen wir in Cottbus, bis jetzt 500.000 und dann kommt Sandhausen, 20.000. Soviel von meiner Seite aus zu den Standards und ich würde sagen, ich gebe einfach direkt rüber zu dir, Kosta. Was gibt es zu Aue zu sagen? Ja, wir müssen schleunig jetzt wieder umschalten auf Ligaalltag und volle Konzentration und volle Ausrichtung auf das schwere Spiel in Aue. Es wird sicherlich sehr unbequem dort und die Euphorie, die wir jetzt momentan haben, die ist gut, die sollten wir auch nutzen. Aber Konzentration ist jetzt gefordert von allen Beteiligten, die mitwirken werden in diesem Spiel. Und wir wissen um die Schwere dieser Aufgabe, Aue braucht jeden Punkt, wir aber auch. Und mit einem Sieg dort, das ist sicherlich auch unser Anspruch, können wir nach dem Sieg gegen Fürth diesen Dreier veredeln. Das haben wir vor. Wir wissen aber auch, dass wir wieder alles abrufen müssen, dass wir wieder im Kollektiv einen Topjob an diesem Abend bringen müssen. Und dann bin ich auch zuversichtlich, dass wir in Aue erfolgreich spielen werden. Danke, Kosta. Markus, das beste Geburtstagsgeschenk hast du dir ja, oder hat die Mannschaft sich ja quasi am Mittwoch für dich schon überlegt. Hat ganz gut geklappt. Jetzt kommt aber wieder harte Liga-Arbeit. Hilft das Spiel, hilft das Selbstbewusstsein, was ihr euch am Mittwoch geholt habt, auch um solche Spiele wie das am Montag erfolgreich zu gestalten? Sicherlich. Ich glaube, wir können viel rausziehen aus dem Spiel. Ich persönlich habe noch nie in einer taktisch so disziplinierten Mannschaft gespielt wie am Mittwoch. Aber das war es dann auch schon zum Mittwoch. Ich denke, die Disziplin müssen wir auch in Aue beibehalten und müssen genau das machen als Mannschaft zusammen. Dann wird jeder Einzelne seine Stärken wieder einbringen und dann, glaube ich, werden wir das Ding auch ziehen. Aber es wird schwer genug, weil die werden natürlich mit Mann und Maus wieder verteidigen. Die werden nur kaputt machen. Der Platz wird mit Sicherheit nicht der Beste sein, aber das sind alles keine Ausreden. Wir fahren da hin, wir wollen gewinnen. Wichtig ist einfach, dass wir den Schalter möglichst schnell umlegen und nicht von Anfang an da sind. Und nicht dann erst wieder nach 20 Minuten gucken, was ist denn hier los und 1-0 hinten sind. Von dem her, ich glaube, jeder ist gewarnt, weil die Ergebnisse jetzt vom Wochenende sind auch wieder positiv für uns. Und da müssen wir umso mehr jetzt Gas geben am Montag. Wie geht das? Wie geht das, wenn wir den Schalter nicht gut gehen? Wie geht das?